Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Ich kann deine Schwester nicht ausstehen. Und ihren Ehemann, diesen Humpty Dumpty, genauso wenig. Humphrey, Humphrey. Ja, genau den. Äthel, mein Liebling, schön dich zu sehen. Wo ist Humphrey? Er wird nicht kommen, Liebes. Das weißt du ganz genau. Oh, come on, du meinst doch nicht immer noch Miss Fraser. Oh, Miss Fraser, gestern war sie noch Josie. Ich habe nicht Josie gesagt, ich sagte Schürze. Wow, hey, Josie, Bailey, huu. Humphrey. Humphrey, ja, was ist denn los, George? Du wirst doch hier nicht einziehen, oder? Nein, für Ersel, ihr Make-up, alles drin. Putztapete, erster Anstrich, zweiter Anstrich, Mattseide glänzen, alles. Hey, Humpty Dumpty ist hier. Ich möchte ihn nicht sehen. Guter, bleib da draußen. Aber nein, du bist der Ehemann, der Boss. Der Mann sagt der Frau, was sie zu tun hat, nicht umgekehrt. Füße vom Tisch. Der Mann ist der dominierende Part, weißt du? Ach, und schlag deine Beine nicht übereinander. Ich fahre nicht in Urlaub, Bildritt. Das ist kein Urlaub. Das sind unsere zweiten Flitterwochen. Das war so verkehrt an den ersten. Alles. Alles. Das war so verkehrt an den ersten. 余